Hallo, ich möchte dir heute zeigen, wie du bei uns eine Galerie anlegen kannst. Wofür kann eine Galerie sinnvoll sein? Zum Beispiel habe ich bei diesem Artikel Screenshots vom neuen StudIP 3.0 gemacht. Und da ich nicht jedes Mal das einzelne Bild hochladen und einbinden möchte, sondern alle Screenshots auf einmal anzeigen möchte, gibt es die Galerie-Funktion bei uns auf blank. Und dann sieht das später so aus, dass ich hier meine Screenshots habe, die dann mit einem Klick in einer sogenannten Lightbox aufgehen und ich kann durch die Screenshots durchnavigieren. Das erledigt bei uns ein Plugin, das sich Next-Gen Gallery nennt. Und damit kann ich mit einem Schwung mehrere Bilder hochladen und bearbeiten und dann mit einem Mausklick in meinen Artikel einbinden. Um Bilder hochzuladen, klickst du auf Add Gallery Images und kannst dort entweder eine neue Galerie erstellen oder in eine bestehende Galerie Bilder reinladen. Bevor wir das machen, solltest du die Bilder aber kurz bearbeiten. Dazu zählt, dass du die Größe anpasst und auf die Datei Größe achtest. Das kannst du zum Beispiel im kostenlosen Programm Irwan View machen. Da ziehst du einfach ein Bild rein. Bei mir hat das jetzt zum Beispiel 2 MB und gehst mit STRG R auf Resize. Und dort würde ich dir empfehlen, lade es mit maximal 1000 Pixel auf der größten Seite hoch. Dann haben wir jetzt das Bild verkleinert und mit STRG S speichern wir das Bild hier in meinem Testordner. Und wenn du es als JPEG speicherst, kannst du auch hier die Qualität mit 80 angeben, was vollkommen ausreichend ist. So. Nun hole ich mir diese Dateien aus dem Ordner hier in mein Verzeichnis. Das heißt, ich markiere alle Dateien, die ich dafür haben möchte. Und dann sind die hier auch bereits angeordnet. Und wie du siehst, alle Dateien, die vorher ungefähr 2 MB groß waren, haben jetzt nur noch knapp über 100 KB. Was vollkommen okay ist. Mit Start Upload. Ah, zuerst natürlich einen Galerienamen vergeben. Und jetzt Start Upload. Jetzt werden die Bilder nacheinander hochgeladen. Du brauchst dir keine Gedanken mehr machen. Und es werden automatisch kleine Vorschaubilder, sogenannte Thumbnails, erstellt. So, das geht relativ flott, da die Bilder nicht so groß sind. Und dann ist auch der Upload schon abgeschlossen. Unter Manage Galleries kannst du jetzt deine Galerie bearbeiten. Dazu zählt zum Beispiel, dass du die Bilder sortieren kannst, dass du Titel und Unterschriften vergeben kannst, etc. Um die Bilder zu sortieren in einer Galerie, klickst du auf Sort Gallery. Und kannst hier via Drag & Drop die Bilder einfach an ihre richtige Stelle platzieren und dann mit Update Sort Order diese Einstellung speichern. Wenn du jetzt Titel vergeben möchtest, kannst du das hier machen. Zum Beispiel kannst du hier einen Titel- und Alternativtext vergeben. Du kannst im Übrigen auch Schlagworte hinzufügen. Du kannst Bilder ausschließen. Du kannst die Meta-Informationen bearbeiten, das Thumbnail bearbeiten. Du kannst sie rotieren lassen um 90 Grad. Oder du kannst auch hier zum Beispiel eine Wassermarke setzen, neue Thumbnails kreieren lassen, die Bilder vergrößern oder verkleinern, etc. Und wenn du das gemacht hast, klickst du hier oben auf Save Changes. Du kannst auch hier zur Galerie selber nochmal den Titel ändern oder eine Beschreibung hinzufügen und kannst sie zu einer Seite verlinken, was du aber im Regelfall nicht brauchst. Ich werde jetzt einen neuen Artikel erstellen und dir zeigen, wie du diese Galerie ganz einfach einfügst. Dafür gebe ich jetzt zum Beispiel Test 1.2 als Titel für den Artikel und du hast hier oben den Knopf Next-Gen Gallery Insert. Da klickst du drauf und dort kannst du nun auswählen, wie später deine Bilder angezeigt werden sollen. Also hier ganz normal als Thumbnails oder als Slideshow, etc. Und hier wählst du dann aus, welche Galerie angezeigt werden soll. In dem Fall Test, dann auf Save und dann wird dir hier als Platzhalter so ein kleines Thumbnail angezeigt und wenn du hier auf Vorschau gehst, müsste er dir die Galerie bereits anzeigen. Ah ok, das funktioniert nicht, aber sobald du den Artikel dann veröffentlichst, wird er dir die Galerie dann genau so anzeigen, wie du sie hier siehst. So einfach kannst du Galerien erstellen. In diesem Sinne, viel Spaß damit.